Hey yo, was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Ich bin CWFusion und ja Freunde, heute geht es weiter mit Naruto Shibuden und Tibet Ninja Storm 2. Ja Freunde, letztes Mal hatten wir eine emotionale Episode, da haben wir Asuma leider verloren, er ist leider gestorben. Und jetzt sind wir auf Rachejagd mit Shikamaru, mit Shoji, mit Ino und mit dabei wird dann noch Kakashi sein. Also Team 10 wird auf Rachejagd sein, gegen die Akatsuki von, ich glaube, Idan und Kakosu Wans. Und ja, heute gibt es ein 1h Special Freunde, wie versprochen. Ich hoffe euch gefällt die Episode, schaut euch auf jeden Fall bis zum Schluss. Lasst gerne Damen und Herren da und ein Abo, los geht's Freunde. So, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir da ankommen oder zwischenzeitlich etwas passiert. Let's go. So, ich denke mal, da vorne ist es auch gleich. Ja, jetzt. Jetzt kommt die Strategie bevor dem Kampf. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Das ist gut. Ich bin ein starkes Kampf. Jungs, du weißt, lass dich nicht. Ich bin ein bisschen. Okay, dann gehen wir mit dem Kampf. Ja, man, let's go. Es wird Zeit. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir im nächsten Bereich auf die Akatsuki treffen. Sind wir dafür bereit? Freunde, ich würde sagen, let's go, man. Wir zeigen Akatsuki, wer die Konoha Ninjas sind, wer wir sind. Let's go, man. Mal schauen, was jetzt genau passiert. Oh. Oh, man. Oh, man. Was ist das? Das ist ja so, was ich? Ja. Ich bin der Fall aufgedrückt. Ich bin der Fall aufgedrückt. Ich bin der Fall aufgedrückt. Das ist ja nicht so ein Verbrech, was ich? Ich hab den Schmuck geholfen. Sie können auch nicht mehr werfen. Wissen Sie, ob das ein Schicksal ist? Was ist das Schicksal? Das geht nicht. 3 ok jetzt gibt es in kampf zwischen shikamaru und hidan und kakusu hilft ihnen sogar oh mein gott das wird schwierig und schauen was ich kann auch die strategie ist ultimativ ist nicht einsetzbar let's go wir müssten kurz im prozess wochen die gaben kommen ja komm ich zeig dir vor als lang geht man let's go dicker er hat uns trotzdem schaden gegeben das ist sehr schlecht ach schade so jetzt müssen wir nach kampf gehen viel leben hat er nicht mehr wie hält er nicht mehr aus oh mein gott er hat uns jetzt funktioniert noch ein bisschen noch ein bisschen dann haben wir dann haben wir mein gott scheiße auch schade er hat uns sehr viel schaden gegeben sehr schlecht oh mein gott er hat uns er hat uns ach du scheiße schaden 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 let's go oh mein gott ach du scheiße nicht schon wieder um mein er ist stark wieder nicht sehr stark komm wir haben uns erwacht let's go man baum 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 let's go man die das erwachen ist so op man was für eine strategie digga mal gespannt 41 prozent und krank b das sehr schlecht digga das ist sehr schlecht mal schauen was für eine strategie shikamaru hatte ist Was ist das? Ihr habt auch keine Ahnung! Ihr seid doch! Ich bin nur mit mir, dass ich mit mir einig bin! Kakai-Sensei, Joji, Ino, ich bitte noch eine andere Seite! Sie werden, wenn ich mein Leben verletze, verletze ich. Und jetzt sind die Schoji-Inon-Kagashi-In-Kagos hier. Konoha? Wenn Sie die Schoji-Inon-Kunoha-Ate sehen, dann sehen Sie die Konoha-Ate der ersten Kuno-Han. Und dann sehen Sie die erste Hoka-Ate. Ja, ich bin der Karte. Was ist denn das? Ich habe mich über die Geschichte zu erzählen, aber ich bin der Karte. Aber ich bin der Karte. Das wird mir wichtiger. Wir zeigen dir jetzt ein Respekt-Element Kakashi-Sensei. Kakashi, Ino und Choji gegen Kakusu. Entspannend. Wer weiß, dass Ninjutsu nicht einsetzbar ist. Schade. Egal, komm. Wir zeigen dir einen kurzen Prozess. Schade. Egal, wir haben ihn. Let's go. Bam! Ino, let's go. Was für ein Ninjutsu, Digga. Vermitteln. Komm, komm, wirklich. Komm, komm, gleich. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Komm, komm. Wir haben gleich ein Ninjutsu und dann, oh mein Gott, nein, 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 nicht das. Ich wollte ein Ninjutsu machen und dann die spezielle Nütze. So, Raikiri, Asha Daru. Komm, 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 komm. Let's go, man, Mangekyou Sharingan. Okay, noch ein Raikiri jetzt, dann haben wir ihn. Bam, Junge. Let's go. Ah, so schnell wird es, glaube ich, nicht gehen, Digga. 90% und S-Rank, sehr gut, Digga. Ich glaube, so schnell wird das jetzt nicht gehen. Kaukuzu hat dem, nämlich, 5 Leben. Ja. 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 Ich komme sofort an den Schikamaru. Ja! Es tut mir leid, aber es geht nicht so gut. Aber ich glaube, ich glaube, dass es so weit ist. Ich denke, es ist ein Schikamaru. Das ist... Es ist nicht so gut. Aber warum ist es einfach so? Das ist wirklich ein Fuss. Ja. Das ist... also da hatte er echt recht, Digga. Da spielte er in einer einer anderen Liga. Mit fünf Herzen, Digga. Das ist zu krank. Mal schauen, wie es jetzt bei Shigamaru läuft. Ich hoffe, er kommt klar. Oh, wir sind jetzt bei Naruto. Oh, zu einer Bache. Bache? Bache? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe die Arbeit, die Sie haben. Arbeit? Aber ich habe die Arbeit, die Sakura, die... Ja, es ist auch der Sephane. Ich werde das nicht mehr so gut machen. Ja, ich werde das nicht mehr so gut machen. Ich werde das nicht mehr so gut machen. Okay, dann komm mal gleich. Ich werde das nicht mehr so gut machen. Ja. uns gleich wieder so und wir sind gleich da ihr seht es ich glaube sind sogar schon die anderen kämpfen direkt vor uns fangen wir an bist du bereit das bin ich jetzt wird es krank noch eine gute Nischung 2 schaui dass er die 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 das die 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 Ich habe keine Angst, dass ich die Neue in die Welt verletzunehmung habe. Ich habe keine Angst, dass ich mich für die Zeit in die Zeit im Hintergrund habe. Aber das ist endlich. Geh, Mann. Ich bin der Zeit! Ich bin der Zeit, Mann. Ich bin der Zeit, Mann. Ich bin der Mann. Ich bin der Mann. Ja, komm schon mal. Ich bin danke. Die Bekannten sind dann schon wieder am Ende. Nein, das ist noch ein paar Sekunden. Das stimmt. Aber... Bitte schön, Sie sehen uns vor, Sie sind ein Beispiel von dem anderen NARUTO. Ja, Mann. Boah, ich hab gern's auf die Gah-O-M-I-G-D-E-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N-G-A-N. Das ist so gut. Boah, ich hab richtig Gänsehaut, oh mein Gott. Wer kennt das noch, man? Wer kennt das noch? Geil. Okay, jetzt sind wir hier bei Shikamaru. Schade, scheiße. Also meine Sensei. Welches werden wir kommen im Hintergrund nicht? Sie müssen nicht schützen. Welches Träจ, was ihr denn denn nicht tun? Doch wir haben noch nicht gespielt. Aha! Ha! Ich bin der Fall aus, blöchner! Ich will sogar seine Träte für Schuss. Aber wir werden dann nur die Träte haben. ein letztes mal mitschikamaru gegen hidan das wird jetzt alles entscheiden kampf gewinnen let's go so und diesmal können wir uns speziellen news zu einsetzen und die hat es gesehen ich glaube das ist das youtube mit dem was kamaru hidan erledigt hat man ihm diesmal hidan muss sterben irgendwie klappt diese scheiße nicht wir haben schon wieder verkackt so jetzt jetzt muss es klappen let's go ja man let's go und du und das durch diese kampf gewinnen errichtiger let's go und schauen wie viel prozent 95 prozent und es ist sehr gut diga sehr 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 gut ja man ja ja Was ist das, was ich hier passiert? Was ist das? Was ist das? Das ist eine der tiefen Bühne. Ich weiß, was das jetzt passiert. Was ist das? Das ist ein Bühne. Du hast mich verletzt. Ich glaube, dass du dich nicht so schlappst. Das ist dein Bühne. Das ist das, was ich. Fahha... Ich bin nicht mehr so, ich werde dich raus und werde dich zurück. Ich bin ein ganzes Ort, aber nur die Einwanderung. Ich bin nur die Einwanderung. Ich bin sicher, dass ich mich immer wieder aufbauen. Ich bin immer noch die Einwanderung. Ich bin immer noch die Einwanderung. Du hast es definitiv verletzt. Du hast eine große Verletzung für dich! Das ist gar nicht so gefährlich. Du bist und du bist, dass du dich glaubst. Was? Ich glaube, dass du dich glaubst. Boah. Ja, man. Tod ist sie dann. Und jetzt ist nur noch einer da. Kakusu. Let's go mit Naruto. Müssen wir ihn jetzt töten. Uzumaki, Naruto. Hm, so. Du bist der Kyuubi. Wieso, dass du dich von dir rauskriegst? Wieso, dass du dich von dir rauskriegst? Wieso? 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 B Nun. Das wird sehr schwierig gegen Koko zu. Mal schauen, in welche Richtung es gehen wird. Bam! Oh mein Gott! Hä, Digga? Ich kann ihn nicht treffen, aber er trifft mich. Kein Sinn. Okay, jetzt kommt die Szene. Okay, das haben wir geschafft. Perfekt. Perfekt. Ja, Mann. Let's go, Digga. Boah, das ist geil, Mann. Damn, Junge, einer ist zerstört. Let's go, Mann. Oh mein Gott, das haben wir noch geschafft. Oh, QB. Oh mein Gott. Bam, Junge. Let's go, Mann. Bam, Mann. Oh nein. Ja, jetzt geht's los. Oh mein Gott, jetzt ist er in der Wachmodus, Mann. Ach du Scheiße. Oh mein Gott, ey. Das wird ein harter Kampf. Das wird ein harter Kampf. Oh mein Gott, ey. Kannst du mal aufhören, Digga? Digga, ich kann nichts machen. Let's go, let's go. Komm, wir sind bald in seiner Nähe. Eee, Digga. Ich kann wirklich nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich hab keine Chakra, warte. Ich muss Ramen essen. Digga, ich kann nichts machen. Jetzt, Mann. Jetzt, komm. Bam, 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 bam. Basinger, let's go. Jetzt ist unsere Chance, ihn zu vernichten. Komm, 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 komm. Ey, Digga. Ich will immer die Masengern einsetzen. Ey, wenn es so weitergeht, werden wir sterben. Bam, oder Masengern? Komm, ja, Mann. Let's go. Komm, komm, komm. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Aber jetzt kommt ein Sinn. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott, Digga. Ach, du Scheiße. Bäh, Mann. Was ist das? Okay. 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 Okay, der erste Angriff ist so. Das ist mal okay. Okay, der zweite Angriff ist so. Flammende Feuerkugel. Okay. Okay, der dritte Angriff ist so. Gut. Mit seinem Tentakel greift er an. Sein vierter Angriff. Okay. Ja. Jetzt müssen wir einfach rennen. Ah, schade. Oh, mein Gott. Eh, renn, 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 Digga. Ja, Mann. Ja, Mann. Komm. Bam, Junge. Geh, komm raus, Digga. Komm raus, komm raus. Let's go. Oh, jetzt können wir hier locker eingreifen. Let's go, let's go. Warm, Junge. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay, jetzt geht es. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Jetzt ist er richtig. Es randaliert jetzt richtig, Digga. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Digga, chill mal. Oh, mein Gott. Chill mal, Digga. Digga, was war das, man? Okay, da kann er nichts machen. Feuerkugel, okay. Und jetzt kommt ein Tarkul, Digga. Ja, Mann. Und ich glaube, ja, Mann. Jetzt macht er so. Oh, das war knapp. Wir müssen jetzt da ins Kampf eingehen. Okay, oh, scheiße, er hat uns getroffen. Okay, jetzt greift er von hinten, Mann. Renn, Digga. Renn, Renn, Renn. Oh, scheiße. Das war nicht gut, Digga. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Es ist schwierig, Mann. Oh, mein Gott. Renn, Digga. Renn, Digga. Renn, Digga. Renn, Digga. Renn, Naruto, Renn. Oh, mein Gott. Das war knapp. Let's go. Komm raus, Digga. Yes. Das ist unsere Chance, Digga. Ja, Mann. Und jetzt müssen wir ihn richtig angreifen. Oh, da war er Sengun. Komm, komm, komm. Steh auf, Digga. Schade. Schade. Okay, jetzt ist er richtig Agro-Modus schon wieder. Schnell Chakra sammeln. Let's go. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Digga, 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 Digga. Er muss ein bisschen schnnen, ne? Er macht richtig Welle. Let's go. Das haben wir überstanden. Müssen er... Ja, wir können nur mit deinen angreifen. Also mit den... Schirken hier. Oh, das war knapp. Digga. Jetzt greift er von hinten an. Jetzt müssen wir einfach rennen. Let's go. Oh, mein Gott. Ja, das ist gut. Das haben wir auch überstanden. Ich glaube, jetzt kommt dieser Scheiss. Ja, Mann. Und jetzt rennen einfach, Digga. Let's go. Jetzt haben wir ihn. Einfach komm. Komm, 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 komm. Ja, Mann. Let's go. Er ist raus. Gut. Let's go. Ich glaube, jetzt wird's... Ja, Mann. Das ist es. Das ist es. Das ist es. Oh, schade. Ja, schon wieder Agro-Modus. Boah, ist er hässlich. Oh, scheiße. Er hat uns getroffen, Digga. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Hey, Digga. Hey, Digga. Ich muss aufhören mit dem Shuriken. Ich muss mich konzentrieren. Ich habe zu viele Shuriken hinterher geschossen, ne? Ich muss aufhören mit dem Shuriken. Let's go. Ein paar Mühe. Ah, Digga. Komm, 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 komm. Ah, Digga. Das bringt nichts, Mann. Ich wollte ne neue Taktik ausprobieren. Let's go. Oh, mein Gott. Oh, lol. Das habe ich nicht gesehen. Habt ihr das gesehen? Digga, wenn wir es so weitermachen, sterben wir gleich. Komm, Digga. Ja, Mann. Das ist unsere Chance jetzt. Das ist unsere Chance. Let's go, let's go, let's go. Ich glaube, jetzt kommt die Finale vom Kampf. Oh mein Gott. Komm, Digga, komm, 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 komm. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ja, jetzt haben wir ihn. Jetzt kommt die Finale-Sene. Oder? Ja, jetzt kommt die Finale-Sene. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt, oh mein Gott. Jetzt kommt es. Jetzt kommt es, Digga. Jetzt kommt es. Das ist unsere Chance. Ja, Mann. Let's go, Mann. Ja, Mann. Komm, komm, komm. Oh mein Gott. Digga, verkackt. Komm, 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 komm. Ja, Moin. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Ich hatte einen kurzen Blackout, Digga. Let's go, let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott, komm, 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 komm. Let's go, man. Let's go, Digga. Vier Sterne, man. Bam, Junge. Oh mein Gott. Okay, mein. Okay. Let's try how much the magic has been done. Okay. Poor Digga. Oh mein Gott, Digga. Gents out, Gents out, Gents out to him. Digga, Gents out am ganzen Körper. Ich hatte Gents out am ganzen Körper, Digga. Let's go, man. Wir haben es geschafft, man. 62% und S-Rang, man. Oh mein Gott. Was war das bitte für ein Kampf, man. Und am Schluss noch dieser Geheimfaktor. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war's für heute. Sosuke... Ah, ja, Mann. Ticke, ticke. Oh, mein Gott. Jetzt sind wir zurück in Konur. Ich denke mal, er wird jetzt zum Grab gehen von... Oh, nein. Ich glaube, er trifft sich mit Koronai. Soll ich das? Ja, aber nur ein bisschen. Ich habe kein Team, aber ich habe keine Ahsma. Ich habe das erste Mal, dass ich mich am Ahsma-Ast. Ich habe mich sehr wichtig und nicht so gemacht. Ich habe mich noch nicht so verletzt, aber ich habe mich nicht so verletzt. Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht so verletzt bin. Ich habe mich nicht so verletzt, aber ich habe mich nicht so verletzt. Ich habe mich nicht so verletzt, aber ich war für mich sehr schön. Oh, Mann. Das ist die Schmerz. Das ist die Schmerz. Das ist, Asuma. Ich habe mich für deine Zeit gebraucht. Ja, ich habe das alles gut gemacht. einmal schauen was als nächstes auf uns zukommt kapitel 4 da haben wir naruto der ls nc Wie ist das? Ich habe es geschafft, dass ich die Veränderung des Veränderungsformen habe. Ich bin mein Freund, und ich habe auch eine große Liebe. Was ist das? Ich habe heute vieles zu denken. Das war's für heute. Das war's für Arsum? Ja. Die Angst zu verlieren, die Menschen zu verlieren, sind sehr schwer und schwer. Wenn sie die Schmerzen zu verlieren, dann wird die Schmerzen zu verlieren. Das ist natürlich das Gefühl, dass Menschen zu verlieren. Aber wenn sie die Schmerzen zu verlieren, dann wird sie wieder stärker werden. Die Schmerzen zu verlieren, die Schmerzen zu verlieren. Die Schmerzen, die Schmerzen zu verlieren. Ich weiß nicht, dass ich das gar nicht verstehe. Jetzt ist es gut. Aber ich weiß nicht, dass du dich anst. Ich glaube, das stimmt. Ich weiß nicht, ob du immer mit uns der Betrachtungen mit dem Fall gestern war. Die Schmerzen zu verlieren, weil du schmerzen kannst. Du kannst nicht das so, dass du dich anst. Was erst du mit dir? Du wirst du mal aufregnen? Ich denke, dass du dich anst. Ich weiß nicht, dass du dich anst. Du bist zu verlieren. Soll es.. Ja, da hast du schon verloren, Digga. Ja, man, rament. Ichu ta noものが受け継がれ, つながりが生みし、 ひとすりの光を信じ、 少年は道を歩む。 そして、闇もまた同じく、 巣穴の中で力を蓄えし、 復讐に囚われたもの。 彼もまた、あらたなる道を、 今は、つながりが生みし、 つながりが生みし、 ひとすりの光を信じ、 少年は道を歩む。 そして、闇もまた同じく、 巣穴の中で力を蓄えし、 復讐に囚われたもの。 彼もまた、あらたなる道を、 今こそ、あゆまんとしていた。 羽ばたきの時が、 あらたびに囚われていた。 man schauen also mein kapitel schandige speichert korrekt oh ja das wird einsatz gearbeitet weil da unten rechts sind schon er ist so bei das kizu hitz knackことを済ませると nooを見ていると 天才と呼ばれていた自分 道 あと少し ほんの少しではたし 第4章 ハビー結成 kapitel 4 die heavy-gruppe das wird der sasuke arg oh mein gott ja man endlich endlich どうですか sasuke-kunは いい感じだ 私好みの忍びになってきている それでは 近く天聖の儀式 ああああああああああ ああああああああ ああああああああ ああああああ 体がだいぶ衰弱なさっている これだとランク10の薬を投与しないと ボロボロだわで 薬をとってきます少々お待ちください はい 天聖の儀式 早めないとまずそう ね あ 私に何か用 もう あんたに襲わることは何もない 俺にとってあんたは用意すぎ ここでしまう やっぱりそうきたわね オロチマル あんたは俺より弱い 言うじゃない うちはのひよっこが ひよっこじゃなきゃ手に入りそうになかったんだ いたちが無理だった だからひよっこの俺を狙ったんだ だが 所詮あんたには無理な話だった うちはの名を超えるどころか どんな天才も いくらあんたでも うちはを前にすれば 凡人になり下がるのさ オロチマル あんたじゃ俺に勝てない でも 俺の体を手に入れることなど不可能だ なめられたものね いくら ふん ふん いせてあげようじゃない あなたと私の力の差を やってみろ お前じゃ無理だ ふんふんふん ここまで私を保険にしたのは あなたが初めてじゃないかしら お前たが ふん 歓沙 ほん 読手 あははは さすけ その身体 いただくわ oh jetzt kämpfen mit das zum das erste mal kämpfen jetzt mit saske und das gegen orochimaru geil wer besser das nini zu nicht einsetzbar let's go mit dem kampf zeigt mir orochimaru wer der stärkste uchiha jetzt ist okay das war jetzt nicht so klug von mir aber wer der uchiha-clan ist baum jungen digga saskes eben saskes kämpfen ist ein geiler mann baum 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 boah digga oh mein gott warten ninyutsu digga digga aus seinem feuer gut geht es ja schnell digga durch da oh mein gott kommen wir beenden wir sie kommt ne bam 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 so warum komm jetzt haben wir jetzt haben wir haben wir jetzt 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 haben wir ja mann enttäuschend digga lets go heute habe ich die gesundheit 81 gesundheit und es war perfekt perfekt und wird unser körper nicht übernehmen das heisst genjutsu ne oder frag ich mich gerade auch was das noch keine arme aus den sie noch nicht ich war die 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 Aber... ... die Macht der Muthiha... ... ist mir ein... ...eine blöde... ... ich kann nicht mehr die Erwärtsinne... ... ich kann nicht mehr so sein... ... hier ist das die Welt der ich... Das war's für mich, Herr Orochimaru. Du bist auch in diesem Augenblick. Du wirst schon wissen, oder? Das ist so... Die Hähne, die Hähne zu fliegen, die in der Welt zu fliegen. Das war's für mich. Ich habe mich auch mit dem Hürohchen geholfen, die ich in der Hürohchenküren habe. Ich werde mich in der Hürohchenküren mit dem Hürohchenküren gehen, und ich werde mich in der Hürohchenküren. Ich werde mich nicht mehr so machen, was ich? Ich bin der Hürohchenküren! Ich werde mich nicht mehr so machen. Ich bin derjenige, der in diesem Leben eröffnet. Ich bin derjenige, der alles in der Hand ist. Ich bin... Ich bin derjenige, dass ich meine Kraft bekomme. Was ist das? Das ist ein Kabel. Das ist das? Oh, Orochimaru? Wieso? Der Mann war mir, aber... Ich habe alles für mich. Ich habe einen Tag bekommen. Dann... Orochimaru-Sama... Ja, Mann. Gehen wir? Okay, es wird aufzubrechen. Der von der gescheute Charaktere ist Sasuke. Okay, es wird Zeit aufzubrechen und unser Team zu jetzt zu vollständigen, aber vor dem machen wir noch das. Bevor unsere Gesundheit noch richtig schwierig wird. Und gehen wir mal... Und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir da sind, ne? So, da sind wir auch schon. Das war der Fall. Ich habe schon einmal die Reise. Ich weiß, dass Sie hier sind. Ich weiß, dass ich hier ist. Ich weiß, dass Sie hier sind, was ich schon gut verstecken. Das war ein Wachstum. Ich bin schon ein Wachstum. Ich habe auch eine kleine Runde, die ich zu tun habe. Ach, ich bin einer, dass ich zu mir im Team verletzt habe. Wirklich? Das ist eine Wachstum. Ich habe es und ich mich schon mit den Bewerbungen und den Bewerbungen. Ja, das ist ziemlich schlecht, nicht wahr? Süi-Getsu, lass mich gleich an. Du bist ein wichtiges Wettbewerb für mich. Ich bin sehr froh, aber mein Ziel? Ich werde jetzt nichts sagen. Haha, das ist ein sehr schönes Wettbewerb. Oh, du bist so dumm. Natürlich, wir. Du bist so dumm, du bist so dumm, du bist so dumm. Okay, ich habe nichts gesagt, er ist stärker als wir. Let's go Monty, let's tie Jutsu. Bam, 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 bam. Feuer gegen Wasser, ne? Also er wäre echt das Wasser. Oh, nicht schon wieder, Digga, nicht schon wieder, oh mein Gott. Bam, Junge. Komm, noch ein Feuer auf der Steck, und dann ist er tot. Okay, zwei vielleicht. Let's go, K.O. ist er. Na, gefällt dir das? Ja, Mann, komm mit, Digga. Also er ist schon stark, aber nicht stärker als wir. Arang, das ist nicht so unbedingt gut, aber trotzdem haben wir gewonnen, Digga. Das zählt. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Und dann also, woher wir gehen? Das ist so, wie weit wir gehen? Das ist wirklich so, wie weit wir gehen. Ja, das ist ebenso. Wenn wir mit nach dem Ahit, und nach dem Ahit. Was ist das, was wir hier, wenn wir mit nachdem. Was ist das, was wir tun? Ich glaube, es wird nicht möglich sein, aber es wird nicht möglich sein. Es wird nicht möglich sein, aber es wird nicht möglich sein. Na ja, es wird nicht möglich sein. So, woher gehen wir? Zuerst gehen wir mit Minami Aji und Karin. Oh, diese Frau. Sie sind so schwer, nicht wahr? Für heute machen wir Schluss. Es war eine geile Episode, Liga. Ein geilen Einstellungsspecial. Wir haben gegen Ida, gegen Kakuzu gekämpft. Der Kampf gegen Kakuzu mit Naruto war zu geil, Liga. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Jetzt sind wir beim Arc von Sasuke. Ich glaube, der wird jetzt gehen, bis wir gegen Itachi kämpfen. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall auf diese Kämpfe. Beziehungsweise auf dem Kampf von Sasuke gegen Itachi. Und ja, ich würde sagen, wir machen das nächste Mal genau hier weiter. Wir holen jetzt Karin ab. Dann gehen wir Jugo abholen. Ich glaube, ihr kennt die auch schon, mehr oder weniger. Und ja, lasst gerne einen Daumen hoch da und ein Abo. Damit bin ich raus. Macht's gut, passt auf euch auf und ciao.